Spaß ist ganz wichtig und Spaß hattet ihr auf jeden Fall auch. Wir hatten gemeinsam Spaß, als wir die neuen Folgen für den Tanzalarm aufgenommen haben. Was hat euch da am besten gefallen? Ach, also mir hat eigentlich alles gut gefallen. Mit allen lieben Leuten und das Tanzen und an neuen Orten war echt mega cool. Okay, ja das war wirklich mega cool. Im Schwimmbad haben wir gedreht, da war es richtig schön warm. Ich erinnere mich auf den Bauernhof, das war ja der letzte Tag, da musste ich dann zeitig weg. Da haben wir sogar ein bisschen die Abendstunden mal reingedreht. Wie war alles da noch? Also es war echt schön, gerade auch weil es dann eben dunkler wurde und dann war die Stimmung auch so cool. Ja, wir hatten noch Piagerfeuer, das war wirklich ganz schön. Der Song war halt sehr emotional, aber total schön. Und wir konnten das alle so miteinander, haben wir das so gefühlt, das war echt schön. Also es hat Spaß gemacht. Schade, dass du nicht dabei warst. Ja, ich musste leider weg, aber man kann nicht immer dabei sein. Da musste ich mal früher weg, aber jetzt muss ich nicht früher weg, sondern jetzt bin ich immer noch da. Ja, und beim Tanzalarm darf natürlich immer ein Song nicht fehlen, wo ihr auch immer alle gerne mittanzt und das ist der Tanzalarm-Song. Wollt ihr doch noch eine Runde mittanzen? Wir üben einmal schnell die Buchstaben, wir tanzen ein A, ich stelle mich mal in die Mitte. Wir tanzen ein E, wir tanzen ein I, ein O, ein U und H. Genau, und alles andere brauchen wir, glaube ich, gar nicht üben, weil ihr habt vorhin schon so toll mitgemacht. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ich war das nicht. Er guckt mich ganz schief an, der Tugentechniker. Ich war das nicht. Dann wollen wir jetzt gemeinsam den Tanzalarm tanzen. Alle mitmachen. Alle Hände nach oben. Los geht's! Hallo Freunde! Wollt ihr tanzen? Ja! Okay! Komm, lass uns tanzen, Liga! Komm, lass uns tanzen, Liga! Komm, lass uns tanzen, Liga! Liga-Tanzalarm! Runter in die Hocke und dann wieder raus. Ein Schritt nach rechts, nach links. Wir hören noch nicht auf, ein Schritt nach vorn, zurück. Wir patschen auf die Knie, nach rechts, nach links und stopp! Okay! Die Hände zum Himmel und bildet ein Haus. Jetzt mal kräftig winken und klatschen wie Applaus. Jetzt der Helikopter, wir drehen uns im Stand. Lass die Arme fliegen und stopp! Wir klatschen! A-E-I-O-U, du gehörst doch wieder zu. Komm und sei dabei, fühl dich alle frei. A-E-I-O-U, du gehörst doch wieder zu. Kika-Tanzalarm! Kika-Tanzalarm! Komm! A-E-I-O-U, du gehörst doch wieder zu. Hey! Komm, lass uns tanzen, Liga! Komm, lass uns tanzen, Liga! Komm, lass uns tanzen, Liga! Kika-Tanzalarm! Jetzt dreht eure Hüfte und steht auf einem Bein. Lasst die Hüfte kreisen, genau so muss es sein. Wir joggen auf der Stelle. Hey, macht alle mit! Dann springen wir so hoch es geht und stopp! Sehr gut! Die Arme, die flattern, wie beim Enten-Tanz. Wah-Fa-Klatsch, so im Kreise drehen. Na klar, in jeder Tanz, runter in die Hocke und dann wieder raus. Nach rechts, nach links und stopp! Wir klatschen! A-E-I-O-U, du gehörst doch wieder zu. Komm und sei dabei, fühl dich ganz sein! A-E-I-O-U, du gehörst doch wieder zu. Kika-Tanzalarm! Kika-Tanzalarm! Hören wir zum! A-E-I-I-O-U! A, I, I, O, U, du gehörst auch wieder zu, komm und sei dabei, fühl dich ganz frei, A, I, I, O, U, du gehörst auch wieder zu. Kika Tanzalarm, Kika Tanzalarm, A, I, I, O, U, 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 U Kika, Kika-Tanz-Alarm!